Hallo, mein Name ist Daniel Kuppels, ich bin der Gitarrenbauer von Redemption Guitars. Unsere Spezialität sind eigentlich Blues-Gitarren und Slide-Gitarren, wobei wir jetzt hier Resonator-Gitarren haben, auch Solid-Bodies-Gitarren, von denen es eigentlich genug gibt. Dann haben wir die Little Kay Alec, was die Eckgitarre für Akustikspieler ist, sie ist aufgebaut wie eine Akustik-Gitarre. Die Spezialität unseres Hauses ist die Parler-Gitarre mit einem höhenverstellbaren Sattel, um halt auch zu sliden, um die Freiheit der Saiten zum Bund zu kriegen. Diese Variation bauen wir auch an als zwölfseitige Bariton in einer nächstgrößeren Version oder in der Uke-Bass-Version. Es gibt die als Linkshänder, als zwölfseitige Gitarre, was völlig ausreicht, der kleine Body, dann nochmal als Bariton und für die Mainstream-Gitarristen auch eine größere Size, die der Dreadnought entspricht und mit diesen moderneren Fennet-Fretts, was wirklich Sinn macht, weil es die Mitten betont. Und in diesem Fall haben wir auf Hölzer gesetzt, die einfach hier ein bisschen nett aussehen und nicht unbedingt traditionell sind.